Ja, mommo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. In der letzten Folge haben wir hier unser Trocken-Dock erstellt. Wir können jetzt Erweiterungsmodule in die Seemorte reinpacken. Wir haben hier noch einige Baupläne, die wir noch nicht angeguckt haben. Fahrzeug-Erweiterungskonsole in ein Tauch-Dock einbauen. Computer-Chip und Kupferdraht. Das kriegen wir doch hin. Ja, machen wir das letztlichste. Fahrzeug-Erweiterungs-Drohne. Kupferdraht und Computer-Chip. So. Ähm, ich würde tatsächlich sehr gerne hier einen Mehrzweckraum später machen und da noch irgendwas anderes hin. Und für den Anfang auf jeden Fall hier noch ein Konstrukt-Dingenskirchens. Ähm. Innen-Element-Bioreaktor? Können wir auch noch machen, ne? Energiezellen-Ladestation. Brauchen wir auch noch. Bürostuhl. Ja, das kommt später. Später machen wir uns noch eine Butze. Mit Aquarium. Äh, Batterieladestation. Ah, um Batterien zu laden. Klar, logisch. So. Wo ist denn der Konstruktor? Da, Fabrikator. Gold und Tischkorallenprobe. Habe ich noch das Zeug? Gold, 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 Gold. Gold und Tischkorallenprobe. Habe ich alles noch. Cool. So. Bauen wir hier direkt einen hin? Sehr schön. Oh, ist das cool. Ist das cool. Oh, hier ist sogar eine fette Leiter. Das finde ich so cool. Na, Digga. Kommst du eine meiner Seemotte nicht mehr an? Das tut mir ja fast schon leid. Ah, wir haben die perfekte Symbiose jetzt zwischen Meer und Zuhause. Das ist cool. Das freut mich. Aber gut. Wir brauchten jetzt ja, äh, Computership und Kupferdraht. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Kupferdraht, zwei Kupfererz und Computerchip. Tischkorallenprobe Gold. Wir brauchen also zweimal Kupferdraht. Wir müssen nochmal so eine Probe organisieren. Falls wir die hier irgendwo finden. Mach mir jetzt keine Angst hier. Ist das gerade zu dunkel geworden oder kommt mir das nur so vor? Ich sehe hier kaum was. So. War das die Tischkorallen... Koralle bereits? Ist hier die Frage. Was ist das? C-A-C-U-3. Okay. Die Tischkoralle war ja mehr so rötlich, ne? Ich glaube, hier wären wir nicht fündig. Äh. Was ist die denn? Kann doch nicht sein, dass es jetzt daran scheitert. So eine dämliche Tischkoralle. Sammeln wir schon mal ein paar Fischis. Ich sehe nämlich, dass ich schon, äh, ziemlich, äh, am Verhungern bin. Oh. Seegleiter. Geht doch. Dann geht man einmal raus und kriegt genau das, was man möchte. Fischis! Fischis! Oh, ich sehe immer noch keine Tischkoralle. Bin fast schon zu Hause. Hätte ich das gewusst, dass ich so weit schwimmen muss? Hätte ehrlich gesagt, äh... Mein, äh, Seemorte genommen. Naja. Da haben wir sie doch. Direkt mal ein bisschen mehr mitnehmen. Erheb auf den Scheiß! An Nase juckt so, ey. Boah. Ist mir die Fliege vielleicht doch in die Nase geflogen? Dies alles und mehr erfahrt ihr in Fallout. Oder habt ihr in Fallout erfahren? Ich nehm gerade, äh, umgekehrt um. Ich fange mit den späteren an und dann später Fallout, damit ich länger Fallout zocken kann. Raffiniert, nicht wahr? Aber wir haben jetzt den Seegleiter, Leute! Endlich! Nach all den Jahren! Ist voll doch langsam Zeit. Na gut, wir kommen voran. Das ist auch das Mindeste. Wollte ich jetzt ein bisschen Zeit, was zu trinken? So, ähm, wir brauchen noch eine Signalboje, ne? Wie kriegen wir die jetzt noch hin? Guck mal, wie schön das schon aussieht. Ich freu' mich voll. Okay, äh, was wollte ich machen? Ich wollte bauen. Aber erstmal gucken, ob ich noch einen Kabelsatz da habe. Das würde mich nämlich viel ersparen. Ich hätte nämlich schwören können, wir haben was. Ja, wir haben eine Batterie. Können wir nicht auch mit dem? Ach, Kabelsatz da. Tja, haben wir das doch. Also gut, wir brauchen... Kupferdraht? Habe ich jetzt Kabelsatz? Ne, Kupferdraht, alles gut. Habe ich selbst verhauen. Äh, Computerchip. Gold. Ja, ist ja gut. So, zack, zack, zack. Geräte, Sägleiter, Schmierstoff. Der Seeggleiter wird Ihre effektive Exploration-Range erhöhen. Für Ihre Sicherheit, bitte packen Supplieren für langen Reihen. Und stehe in 5 Kilometern des nearest Lebenspods oder Habitat. Okay, nö. Ist natürlich blöd, dass das Ding so groß ist, aber... Ganz ehrlich. Wir sehen uns jetzt mal den Unterschied an. Zu normalen und mit Seeggleiter. Siehst du, wir haben da sogar jetzt die kleine Karte. Können das an und aus machen. Ach, schön. Na gut, äh, weiter geht's. Äh, wir wollten... Jetzt müssen wir das Ding natürlich nochmal bauen. Also, wir brauchen zweimal Kupferdraht. Dafür brauchen wir Kupfererz. Das ist Gold. Eins, zwei, drei. Ja, so. Damit haben wir zwei davon. Jetzt brauchen wir Computerchip mit Gold. War doch richtig, ne? Hä? Hä? So. Computerchip, ja. Jetzt brauchen wir noch Gold und dann ist alles gut. So, check. Sehr schön. Und jetzt können wir das hier aufbauen. Irgendwo. Endserved. Hä? Wie soll denn das funktionieren? Ach so. Seemotte angedockt. Voll aufgeladen. Wie? Ach, ich lade das hier auf. Tatsächlich. Aber wie cool. Äh, hallo? Ah. Das ist natürlich praktisch, dass ich das Ding hier direkt auflade. Dann kann ich das eigentlich auch direkt reparieren. So, perfekt. Wie neu. So. Äh. Wie lade ich das Ding jetzt aber auf? Okay, sehr schön. Dann müssen wir als nächstes... Machen wir einen Bioreaktor. Ja, dafür brauchen wir Platz. Den haben wir natürlich nicht. Flutlicht. Verbinde zwei Stockwerke. Modifizierungsstation. Du kommst auch innen hin, oder? Nee, kommt außen hin, oder? Nee. Was ist das? Innenmodule. Tatsächlich kommt das innen hin. Das ist ja klein. Können das, äh, für den Anfang erstmal hier hinstellen, ne? Achso, klar, ich hab ja die Teile nicht. Dekonzentrieren. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist erstmal Energie. Äh, Batterieladestation. Kabelsatz Kupferdraht. Äh, 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 folgendes, wir hören uns erstmal die Nachricht an. Das ist Avery Quinn, von Trainingschip Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn Charter's gonna have us blowing our Kredits running errands for Altera. See what the long range scans pick up in the meantime. Ach, da hinten ist er. Okay. Äh, das ist ja unsere Kamera. Heißes Gebiet. Riffrücken. Wieso sollte man einen Riffrücken suchen? Hm. Was ist das denn? Was ist Chili? Ceratops. Wenn wir hier sind. Ist das, äh, Mr. Kackbratze? Warte. Warte. Kamera 2? Müssen wir eins? Okay. Ja, das ist die Kackbratze. Man kann nach denen suchen? Wieso sollte man? Okay, zumindest haben wir, wenn wir einen brauchen, einen direkt in der Nähe. Lass mal der Kamera in Ruhe. Ich hab nichts getan. Na, komm, unsere Basis. Na, wir brauchen auf jeden Fall diese Energiezeugs. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wieder so eine Tischkoralle organisieren, ne? Na, komm. All Systemen online. Obwohl, wir haben noch Tischkorallen. Äh. Nö, dann gehen wir nochmal kurz zurück, gucken, was wir überhaupt noch brauchen. So, ich stell jetzt hier nochmal her, weil natürlich hier meine ganzen Sachen noch gelagert sind. Später wird das alles verschwinden. Und wir werden hier irgendwas anderes hinbauen. Keine Ahnung, so ein, so ein, äh, Obduktionsdeck, wo wir dann, äh, Mr. Kackbratze angucken können. Hm. Ähm, wir brauchen Kupferdraht und Kabelsatz, Silbererz. Ist jetzt nicht die Welt, ne? Oh. Aber wo überhaupt noch Kupfer? Ich glaub, das fehlt uns. Gerade noch genug. Silbererz. Sehr schön. Dann bauen wir das selbstverständlich in diesem Raum hier an, weil hier landen wir immer wieder. So, ähm, die Taschenlampe. Ähm, die Taschenlampe. Ja, ist natürlich jetzt ein kleines Problem. Also müssen wir erstmal ne Batterie herstellen und die austauschen oder, wie, äh, wir brauchen ne Batterie. Haben wir noch ne zufällig ne Batterie hier irgendwo rumliegen? Ähm, echt schön jetzt. Ansonsten müssen wir uns auf die Suche begeben. Scheiße. Silikon-Gummi und zwei Batterien. Ne. Ich brauche hier nur die Batterie. Kupferärz sind zu... Einen Kupfer hab ich noch. Einen Kupfer hab ich irgendwo noch. Ja. Hihihi. So, wir haben jetzt eine Batterie am Start, ne? Können wir die jetzt einfach... Keine Ahnung. Wie zur Hölle mach ich das? Leute, wie lade ich mein Zeug auf? Ich kann jetzt hier eine Batterie reinsetzen und mich dann Keks freuen. Ja, wow. Ja, die ist jetzt geladen. Ist ja schön für die Batterie, ne? Oder kann ich die jetzt einfach hier mit reintun? Hm. Keine Ahnung. Muss ich Google fragen. Weil ich glaub nicht, dass ihr es schafft, rechtzeitig zu antworten. Ich weiß, ich komm davon, ob ich jetzt morgen, äh... Subnautica aufnehmen möchte oder nicht. Aber gut. So. Seid glücklich. Nach zwei Stunden in meiner Tasche dürft ihr endlich mal wieder schwimmen. Ich muss mir was zu trinken herstellen. Irgendwie muss ich an... An gefiltertes Wasser kommen. Seid glücklich. Muss ja irgendwie leichter an Wasser herankommen, als die ganze Zeit irgendwelche Fische auseinanderzunehmen. Ja gut, Baupläne. Wie sieht's aus? Was haben wir hier Neues bekommen? Der Seegleiter, logisch. Sonst noch irgendwas? Eine Sache muss hier noch sein. Energiezellen-Ladestation. Vielleicht brauche ich auch das. Ich weiß es nicht. Ah, Mann. Warum muss das so schwer sein? Ach Gott. Einheimische Lebensform, Pflanzen, verwertbares. Gelsack. Downloads, Überlebende. An die gesamte Besatzung. Wenn Sie das hier lesen, sind Sie gegen meine Befehle dem automatischen Notsignal gefolgt, dass vom Bordcomputer diese Rettungskapsel gesendet wird. Ich war gezwungen, auszusteigen. Ihre Befehle sind, meine Sicherheit zu ignorieren und zu versuchen, die übermittelten Treffpunktkoordinaten auf der nächsten Landmasse zu erreichen. Ich hoffe, sie alle dort zu treffen. Na gut. Ah, so eine Scheiße. Ach Gott. Das ist mir einfach... Ja, mir fehlen jetzt die Ressourcen. Wir müssen jetzt eigentlich los. Ich komme mal kurz in mein Inventar nochmal rein und dann entleeren wir mein Inventar. Und dann ziehen wir los. Jetzt ist ja alles nichts. Ja, Notfallzeile muss ich das eigentlich dabei haben. Eigentlich schon. Gut, folgendes. Ich muss Scannen abbrechen. Wir wissen ja, dass der Houding da ist. Also so ist es nicht. Nein, 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 nein. Ich habe meinen Toch-Doc vergessen. Gut, dann ziehen wir jetzt los und suchen Ressourcen. Und mit jetzt meine ich morgen. Ja, Freunde, schreibt mir in die Kommentare, wie man die komischen Batterien auflädt. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Haut rein. Euer Ciro. Tschüss. Vielen Dank.